begrüßt euch alle heute möchte ich zeige neue funktion für meine autoblothagen Fishing also Profession gibt es also zähler meter kilometer können wir jetzt messen wie funktioniert das also ihr speichert ganz normal ihre angelplätze am ufer hotspot also und fahrrad einfach raus zum von null punkt auf 1 oder 2 also könnte rausfahren aber das gezählt die strecke wird gezählt was sie gefahren tatsächlich dort wird ja also und sobald ihr neue punkt speichert dann wird es ab null in zähler geht wieder auf null und wird es wieder von vorne zählen ja wenn ihr am ufer gespeichert nummer eins also dass ihr kehrt eure bootzeug dann ist das gut und dann können die ganze zeit waren ein tag zwei tage oder ein paar stunden kein de nachdem und könnt ihr noch genau wissen wie viel erreicht eure batterie mit dem boot fahren wie viel meter oder kilometer so deswegen gibt es diese neue funktion meter zähler oder kilometer zähler können wir nennen das semer wenn ihr boot mit des wc schalter schickt man zum ziel kommt redour schalter nicht auf schalter kommt auf null punkte also hier zu uns dann wurde es so springen zahl ja 16 30 meter entweder so hin und zurück also das zeigt nur wenn er zurückkommt wenn er ausschaltet wieder einschaltet und wieder zum ziel schickt nach rechts dann wird es zeigt euch distanz zum ziel ja dann zähler standisch ausgeschaltet ja so jetzt ist es für der habe eingeschaltet redour nach hause und dann wieder zeigt auch unsere meter wie viel haben wir gesamt gefahren ja davor hat er gezeigt wie viel meter bis zum ziel war das zehn meter und er zeigte wie viel insgesamt gefahren ich habe extra bisschen weg gefahren damit ihr seht also ich zeigte es bald wieder neue video wie das alles funktioniert gibt es noch eine neue funktion das bringe ich raus hoffe diese woche reicht mir zeit noch mal zeigen dass wir funktioniert auf jeden fall gibt es also zähler meter zähler kilometer zähler jetzt ist trainer könnte jetzt genau wissen wie viel ihr gefahren pro angel tag oder zwei tage oder eine woche ist egal oder paar stunde könnt immer beobachten wie viel reich reichweite hat ihre akku meter kilometer ja das wollte ich zeigen und beding neue funktion bis zum nächsten mal ciao ciao